Das Schreckliche war, dass meine Tante darauf bestand, alle ihr nahestehenden Personen müssten anwesend sein. Zu diesen gehörten auch der Pfarrer und die Enkelkinder. Selbst die Familienmitglieder waren nur mit äußerster Strenge zu veranlassen, pünktlich zu erscheinen, aber mit dem Pfarrer wurde es schwierig. Einige Wochen hielt er zwar ohne Murren mit Rücksicht auf seine alte Penitentin durch, aber dann versuchte er unter verlegenem Räuspern meinem Onkel klarzumachen, dass es so nicht weiterging. Die eigentliche Feier war zwar kurz, sie dauerte etwa 38 Minuten, aber selbst diese kurze Zeremonie sei auf die Dauer nicht durchzuhalten, behauptete der Pfarrer. Er habe andere Verpflichtungen, abendliche Zusammenkünfte mit seinen Konfratres, seelsorgerische Aufgaben ganz zu schweigen vom samstäglichen Beichthören. Immerhin hatte er einige Wochen Terminverschiebungen in Kauf genommen, aber gegen Ende Juni fing er an, energisch Befreiung zu erheischen. Franz wütete in der Familie herum, suchte Komplizen für seinen Plan, die Mutter in eine Anstalt zu bringen, stieß aber überall auf Ablehnung. Jedenfalls es machten sich Schwierigkeiten bemerkbar. Eines Abends fehlte der Pfarrer, war weder telefonisch noch durch einen Boten aufzutreiben, und es wurde klar, dass er sich einfach gedrückt hatte. Mein Onkel fluchte fürchterlich. Er nahm dieses Ereignis zum Anlaß, die Diener der Kirche mit Worten zu bezeichnen, die zu wiederholen, ich mich weigern muss. In aller äußerster Not wurde einer der Kapläne, ein Mensch einfacher Herkunft, gebeten, auszuhelfen. Er tat es, benahm sich aber so fürchterlich, dass es fast zur Katastrophe gekommen wäre. Immerhin, man muss bedenken, es war Juni, also heiß, Trotzdem waren die Vorhänge zugezogen, um winterliche Dunkelheit wenigstens vorzutäuschen, außerdem brannten Kerzen. Dann ging die Feier los. Der Kaplan hatte zwar von diesem merkwürdigen Ereignis schon gehört, aber keine rechte Vorstellung davon. Zitternd stellte man meiner Tante den Kaplan vor. Er vertrete den Pfarrer. Unerwarteterweise nahm sie die Veränderung des Programmes hin. Also, die Zwerge hämmerten, der Engel flüsterte, es wurde »O Tannenbaum« gesungen, dann aß man Gebäck, sang noch einmal das Lied, und plötzlich bekam der Kaplan einen Lachkrampf. Später hat er gestanden die Stelle, »Nein, auch im Winter, wenn es schneit, habe er einfach nicht ohne zu lachen ertragen können.« Er plusterte mit klerikaler Albernheit los, verließ das Zimmer und ward nicht mehr gesehen. Alles blickte gespannt auf meine Tante, doch sie sagte nur resigniert etwas vom »Proleten« im Priestergewande und schob sich ein Stück Marzipan in den Mund. Auch wir erfuhren damals von diesem Vorfall mit Bedauern, doch bin ich heute geneigt, ihn als einen Ausbruch natürlicher Heiterkeit zu bezeichnen. »Ich muss hier, wenn ich der Wahrheit die Ehre lassen will, einflechten, dass mein Onkel seine Beziehungen zu den höchsten Verwaltungsstellen der Kirche ausgenutzt hat, um sich sowohl über den Pfarrer wie den Kaplan zu beschweren. Die Sache wurde mit äußerster Korrektheit angefasst, ein Prozess wegen Vernachlässigung seelsorgerischer Pflichten wurde angestrengt, der in erster Instanz von den beiden Geistlichen gewonnen wurde. Ein zweites Verfahren schwebt noch. Zum Glück fand man einen pensionierten Prelatem, der in der Nachbarschaft wohnte. Dieser reizende alte Herr erklärte sich mit liebenswürdiger Selbstverständlichkeit bereit, sich zur Verfügung zu halten und täglich die abendliche Feier zu vervollständigen. Doch ich habe vorgegriffen. Mein Onkel Franz, der nüchtern genug war zu erkennen, dass keinerlei ärztliche Hilfe zum Ziel gelangen würde, sich auch hartnäckig weigerte, einen Exorzismus zu versuchen, war Geschäftsmann genug, sich nun auf Dauer einzustellen und die wirtschaftlichste Art herauszukalkulieren. Zunächst wurden schon Mitte Juni die Enkelexpeditionen eingestellt, weil sie herausstellte, dass sie zu teuer wurden. Mein findiger Vetter Johannes, der zu allen Kreisen der Geschäftswelt die besten Beziehungen unterhält, spürte den Tannenbaum-Frischdienst der Firma Söderbaum auf, eines leistungsfähigen Unternehmens, das sich nun schon fast zwei Jahre um die Nerven meiner Verwandtschaft hohe Verdienste erworben hat. Nach einem halben Jahr schon wandelte die Firma Söderbaum die Lieferung des Baumes in ein wesentlich verbilligtes Abonnement um und erklärte sich bereit, die Lieferfrist von ihrem Nadelbaum-Spezialisten Dr. Alfast genauestens festlegen zu lassen, sodass schon drei Tage, bevor der alte Baum indiskutabel wird, der neue anlangt und mit Muße geschmückt werden kann. Außerdem werden vorsichtshalber zwei Dutzend Zwerge auf Lager gehalten und drei Spitzenengel sind in Reserve gelegt. Es erübrigt sich vielleicht festzustellen, dass die Freude am wirklichen Weihnachtsfest in unserer gesamten Verwandtschaft erhebliche Einbuße erlitten hat. Wir können, wenn wir wollen, bei unserem Onkel jederzeit einen klassischen Weihnachtsbaum bewundern und es geschieht oft, wenn wir sommers auf der Veranda sitzen und uns nach des Tages Last und Müh Onkels milde Apfelsinenbowle in die Kehle gießen, dass von drinnen der sanfte Klang gläserner Glocken kommt und man kann im Dämmer die Zwerge wie flinke kleine Teufelchen herumhämmernd sehen, während der Engel Frieden flüstert Frieden und immer noch kommt es uns befremdlich vor, wenn mein Onkel mitten im Sommer seinen Kindern plötzlich zuruft, macht bitte den Baum an, Mutter kommt gleich. Dann tritt meist pünktlich der Prelat ein, ein milder alter Herr, den wir alle in unser Herz geschlossen haben, weil er seine Rolle vorzüglich spielt, wenn er überhaupt weiß, dass er eine und welche er spielt. Aber gleichgültig, er spielt sie, weißhaarig, lächelnd, und der violette Rand unterhalb seines Kragens gibt seiner Erscheinung den letzten Hauch von Vornehmheit. Schon kurz nach dem ersten Jahrestag der ständigen Weihnachtsfeier gingen beunruhigende Gerüchte um. Mein Vetter Johannes sollte sich von einem befreundeten Arzt ein Gutachten haben ausstellen lassen, auf wie lange wohl die Lebenszeit meiner Tante noch zu bemessen wäre. Ein wahrhaft finsteres Gerücht, das ein bedenkliches Licht auf eine allabendlich friedlich versammelte Familie wirft. Das Gutachten soll vernichtend für Johannes gewesen sein. Sämtliche Organe meiner Tante, die Zeit lebens sehr solide war, sind völlig intakt. Die Lebensdauer ihres Vaters hat 78, die ihre Mutter 86 Jahre betragen. Meine Tante selbst ist 62, und so besteht kein Grund, ihr ein baldiges, seliges Ende zu prophezeien. Noch weniger, so finde ich, es ihr zu wünschen. Als meine Tante dann mitten im Sommer einmal erkrankte, Erbrechen und Durchfall suchten diese arme Frau heim, wurde gemunkelt, sie sei vergiftet worden. Aber ich erkläre hier ausdrücklich, dass dieses Gerücht einfach eine Erfindung übelmeinender Verwandter ist. Es ist eindeutig erwiesen, dass es sich um eine Infektion handelte, die von einem Enkel eingeschleppt wurde. Analysen, die mit dem Exkrementen meiner Tante vorgenommen wurden, ergaben aber auch nicht die geringste Spur von Gift. Im gleichen Sommer zeigten sich bei Johannes die ersten gesellschaftsfeindlichen Bestrebungen. Er trat aus seinem Gesangsverein aus, erklärte, auch schriftlich, dass er an der Pflege des deutschen Liedes nicht mehr teilzunehmen gedenke. Allerdings sich dafür einflechten, dass er immer, trotz des akademischen Grades, den er errang, ein ungebildeter Mensch war. Für die Virhymnia war es ein großer Verlust, auf seinen Pass verzichten zu müssen. Mein Schwager Karl fing an, sich heimlich mit Auswanderungsbüros in Verbindung zu setzen. Das Land seiner Träume musste besondere Eigenschaften haben. Es durften dort keine Tannenbäume gedeihen. Deren Import musste verboten oder durch hohe Zölle unmöglich gemacht sein. Außerdem, das seiner Frau wegen, musste dort das Geheimnis der Spekulatius-Herstellung unbekannt und das Singen von Weihnachtsliedern verboten sein. Karl erklärte sich bereit, harte körperliche Arbeit auf sich zu nehmen. Inzwischen sind seine Versuche vom Fluche der Heimlichkeit befreit, weil sich auch in meinem Onkel eine vollkommene und sehr plötzliche Wandlung vollzogen hat. Diese geschah auf so unerfreulicher Ebene, dass wir wirklich Grund hatten zu erschrecken. Dieser biedere Mensch, von dem ich nur sagen kann, dass er eben so hartnäckig wie Herzensgut ist, wurde auf Wegen beobachtet, die einfach unsittlich sind, es auch bleiben werden, solange die Welt besteht. Es sind von ihm Dinge bekannt geworden, auch durch Zeugen belegt, auf die nur das Wort Ehebruch angewandt werden kann. Und das Schrecklichste ist, er leugnet es schon nicht mehr, sondern stellt für sich den Anspruch, in Verhältnissen und Bedingungen zu leben, die moralische Sondergesetze berechtigt erscheinen lassen müssten. Ungeschickterweise wurde diese plötzliche Wandlung gerade zu dem Zeitpunkt offenbar, wo der zweite Termin gegen die beiden Geistlichen seiner Pfarre fällig geworden war. Onkel Franz muss als Zeuge, als verkappter Kläger, einen solch minderwertigen Eindruck gemacht haben, dass es ihm allein zuzuschreiben ist, wenn auch der zweite Termin günstig für die beiden Geistlichen auslief. Aber das alles ist Onkel Franz inzwischen gleichgültig geworden. Bei ihm ist der Verfall komplett schon vollzogen. Er war auch der Erste, der die Idee hatte, sich von einem Schauspieler bei der abendlichen Feier vertreten zu lassen. Er hatte einen arbeitslosen Bonvivant aufgetrieben, der ihn 14 Tage lang so vorzüglich nachahmte, dass nicht einmal seine Frau die ausgewechselte Identität bemerkte. Auch seine Kinder bemerkten es nicht. Es war einer der Enkel, der während einer kleinen Singpause plötzlich in den Ruf ausbrach, Opa hat Ringelsocken an, wobei er triumphierend das Hosenbein des Bonvivants hochhob. Für den armen Künstler muss diese Szene schrecklich gewesen sein. Auch die Familie war bestürzt. Und um Unheil zu vermeiden, stimmte man, wie so oft schon in peinlichen Situationen, schnell ein Lied an. Nachdem die Tante zu Bett gegangen, war die Identität des Künstlers schnell festgestellt. Es war das Signal zum fast völligen Zusammenbruch. Immerhin. Man muss bedenken, eineinhalb Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und der Hochsommer war wieder gekommen. Eine Jahreszeit, in der meinen Verwandten die Teilnahme an diesem Spiel am schwersten fällt. Lustlos knabbern sie in dieser Hitze an Printen und Pfeffernüssen, lächeln starr vor sich hin, während sie ausgetrocknete Nüsse knacken. Sie hören den unermüdlich hämmernden Zwergen zu und zucken zusammen, wenn der rotwangige Engel über ihre Köpfe hinweg Frieden! flüstert. Frieden! Aber sie haren aus, während ihnen trotz sommerlicher Kleidung der Schweiß über Hals und Wangen läuft und ihnen die Hemden festkleben. Geld spielt vorläufig noch keine Rolle, fast im Gegenteil. Man beginnt sich zuzuflüstern, dass Onkel Franz nun auch geschäftlich zu Methoden gegriffen hat, die die Bezeichnung christlicher Kaufmann kaum noch zulassen. Er ist entschlossen, keine wesentliche Schwächung des Vermögens zuzulassen, eine Versicherung, die uns zugleich beruhigt und erschreckt. Nach der Entlarvung des Bon Vivants kam es zu einer regelrechten Meuterei, deren Folge ein Kompromiss war. Onkel Franz hatte sich bereit erklärt, die Kosten für ein kleines Ensemble zu übernehmen, das ihn Johannes, meinem Schwager Karl und Luzi ersetzt. Und es ist ein Abkommen getroffen worden, das immer einer von den Vieren im Original an der abendlichen Feier teilzunehmen hat, damit die Kinder in Schach gehalten werden. Der Prälat hat bisher nichts von diesem Betrug gemerkt, den man keineswegs mit dem Adjektiv fromm wird belegen können. Abgesehen von meiner Tante und den Kindern ist er die einzige originale Figur bei diesem Spiel. Es ist ein genauer Plan aufgestellt worden, der in unserer Verwandtschaft Spielplan genannt wird. Und durch die Tatsache, dass einer immer wirklich teilnimmt, ist auch für die Schauspieler eine gewisse Vakanz gewährleistet. Inzwischen hat man auch gemerkt, dass diese sich nicht ungern zu der Feier hergeben, sich gerne zusätzlich etwas Geld verdienen und man hat mit Erfolg die Gage gedrückt, da ja glücklicherweise an arbeitslosen Schauspielern kein Mangel herrscht. Karl hat mir erzählt, dass man hoffen könne, diesen Posten noch ganz erheblich herunterzusetzen, zumal ja den Schauspielern eine Mahlzeit geboten wird und die Kunst bekanntlich, wenn sie nach Brot geht, billiger wird. Luzi treibt sich fast nur noch in Nachtlokalen herum und besonders an den Tagen, wo sie gezwungenermaßen an der häuslichen Feier hat teilnehmen müssen, ist sie wie toll. Sie trägt Korthosen, bunte Pullover, läuft in Sandalen herum und hat sich ihr prachtvolles Haar abgeschnitten, um eine schmucklose Fransenfrisur zu tragen, von der ich jetzt erfahre, dass sie unter dem Namen Pony schon einige Male modern war. Obwohl ich offenkundige Unsittlichkeit bei ihr bisher nicht beobachten konnte, nur eine gewisse Exaltation, die sie selbst als Existenzialismus bezeichnet, Trotzdem kann ich mich nicht entschließen, diese Entwicklung erfreulich zu finden. Ich liebe die milden Frauen mehr, die sich sitzsam im Takte des Walzes bewegen, die angenehme Verse zitieren und deren Nahrung nicht ausschließlich aus sauren Gurken und mit Paprika überwürztem Gulasch besteht. Die Auswanderungspläne meines Schwagers Karl scheinen sich zu realisieren. Er hat ein Land entdeckt, nicht weit vom Äquator, das seinen Bedingungen gerecht zu werden verspricht und Luzi ist begeistert. Man trägt in diesem Lande Kleider, die den Iren nicht unähnlich sind, man liebt dort die scharfen Gewürze und tanzt nach Rhythmen, ohne die nicht mehr leben zu können, sie vorgibt. Es ist zwar ein wenig schockierend, dass diese beiden dem Sprichwort »Bleib im Lande und nähre dich redlich« nicht zu folgend gedenken, aber andererseits verstehe ich, dass sie die Flucht ergreifen. Schlimmer ist es mit Johannes. Leider hat sich das böse Gerücht bewahrheitet, er ist Kommunist geworden. Er hat alle Beziehungen zur Familie abgebrochen, kümmert sich um nichts mehr und existiert bei den abendlichen Feiern nur noch in seinem Duble. Seine Augen haben einen fanatischen Ausdruck angenommen. Dervisch ähnlich produziert er sich in öffentlichen Veranstaltungen seiner Partei, vernachlässigt seine Praxis und schreibt wütende Artikel in den entsprechenden Organen. Merkwürdigerweise trifft er sich jetzt häufiger mit Franz, der ihn und den er vergeblich zu bekehren versucht. Bei aller geistigen Entfremdung sind sie sich persönlich etwas näher gekommen. Franz selbst habe ich lange nicht gesehen, nur von ihm gehört. Er soll von tiefer Schwermut befallen sein, hält sich in dämmerigen Kirchen auf. Ich glaube, man kann seine Frömmigkeit getrost als übertrieben bezeichnen. Ich glaube, er befindet sich in einem Zustand, der in unserer Familie bisher noch nicht vorgekommen ist. Er ist arm. Zum Glück ist er ledig geblieben. Die sozialen Folgen seiner unverantwortlichen Frömmigkeit treffen also nur ihn selbst. Mit erstaunlicher Hartnäckigkeit hat er versucht, einen Jugendschutz für die Kinder von Luzi zu erwirken, die er durch die abendlichen Feiern gefährdet glaubte. Aber seine Bemühungen sind ohne Erfolg geblieben. Gott sei Dank sind ja die Kinder begüterter Menschen nicht dem Zugriff sozialer Institutionen ausgesetzt. Am wenigsten von der übrigen Verwandtschaft entfernt hat sich trotz mancher widerwärtiger Züge Onkel Franz. Zwar hat er tatsächlich trotz seines hohen Alters eine Geliebte, auch sind seine geschäftlichen Praktiken von einer Art, die wir zwar bewundern, keinesfalls aber billigen können. Neuerdings hat er einen arbeitslosen Inspizienten aufgetan, der die abendliche Feier überwacht und sorgt, dass alles wie am Schnürchen läuft. Es läuft wirklich alles wie am Schnürchen. Fast zwei Jahre sind inzwischen verstrichen. Eine lange Zeit, und ich konnte es mir nicht versagen, auf einem meiner abendlichen Spaziergänge einmal am Hause meines Onkels vorbeizugehen, in dem nun keine natürliche Gastlichkeit mehr möglich ist, seitdem fremdes Künstlervolk dort allabendlich herumläuft und die Familienmitglieder sich befremdenden Vergnügungen hingeben. Es war ein lauer Sommerabend, als ich dort vorbeikam, und schon, als ich um die Ecke in die Kastanienerleib einbog, hörte ich den Vers »Weihnachtlich glänzet der Wald«. Ein vorüberfahrender Lastwagen machte den Rest unhörbar. Ich schlich mich langsam ans Haus und sah durch einen Spalt zwischen den Vorhängen ins Zimmer. Die Kinder spielten mit Puppen und hölzernen Wagen in einer Zimmerecke. Sie sahen blass und müde aus. Tatsächlich, vielleicht müsste man auch an sie denken. Mir kam der Gedanke, dass man sie vielleicht durch Wachspuppen ersetzen könne. Solche Art, wie sie in den Schaufenstern der Drogerien als Reklame für Milchpulver und Hautcreme Verwendung finden. Ich finde, die sehen doch recht natürlich aus. Tatsächlich will ich die Verwandtschaft einmal auf die möglichen Auswirkungen dieser ungewöhnlichen täglichen Erregung auf die kindlichen Gemüte aufmerksam machen. Obwohl eine gewisse Disziplin Ihnen ja nichts schadet, scheint man sie hier doch über Gebühr zu beanspruchen. Ich verließ meinen Beobachtungsposten, als man drinnen anfing, »Stille Nacht« zu singen. »Ich konnte das Lied wirklich nicht ertragen. Die Luft ist so lau, und ich hatte einen Augenblick lang den Eindruck, einer Versammlung von Gespenstern beizuwohnen.« Inzwischen ist es mir gelungen, durchzusetzen, dass die Kinder durch Wachspuppen ersetzt werden. Die Anschaffung war kostspielig. Onkel Franz scheute lange davor zurück. Aber es war nicht länger zu verantworten, die Kinder täglich mit Marzipan zu füttern und sie Lieder singen zu lassen, die ihnen auf die Dauer psychisch schaden können. Die Anschaffung der Puppen erwies sich als nützlich, weil Karl und Luzi wirklich auswanderten und auch Johannes seine Kinder aus dem Haushalt des Vaters zog. Zwischen großen Überseekisten stehend habe ich mich von Karl, Luzi und den Kindern verabschiedet. Sie erschienen mir glücklich, wenn auch etwas beunruhigt. Auch Johannes ist aus unserer Stadt weggezogen. Irgendwo ist er damit beschäftigt, einen Bezirk seiner Partei umzuorganisieren. Onkel Franz ist lebensmüde. Mit klagender Stimme erzählt er mir neulich, dass man immer wieder vergisst, die Puppen abzustauben. Überhaupt machen ihm die Dienstboten Schwierigkeiten. Und die Schauspieler scheinen zur Disziplinlosigkeit zu neigen. Sie trinken mehr, als ihnen zusteht. Und einige sind dabei ertappt worden, dass sie sich Zigarren und Zigaretten einsteckten. Ich riet meinem Onkel, ihnen gefärbtes Wasser vorzusetzen und Pappzigarren anzuschaffen. Die einzigen Zuverlässigen sind meine Tante und der Prelat. Sie plaudern miteinander über die gute alte Zeit, kichern und scheinen recht vergnügt und unterbrechen ihr Gespräch nur, wenn ein Lied angestimmt wird. Jedenfalls, die Feier wird fortgesetzt. Mein Vetter Franz hatte eine merkwürdige Entwicklung genommen. Er ist als Laienbruder in ein Kloster der Umgebung aufgenommen worden. Als ich ihn zum ersten Mal in der Kutte sah, war ich erschreckt. Diese große Gestalt mit der zerschlagenen Nase und den dicken Lippen. Sein schwermütiger Blick. Er erinnerte mich mehr an einen Sträfling als an einen Mönch. Es schien fast, als habe er meine Gedanken erraten. »Wir sind mit dem Leben bestraft«, sagte er leise. »Ich folgte ihm ins Sprechzimmer. Wir unterhielten uns stockend und er war offenbar erleichtert, als die Glocke ihn zum Gebet in die Kirche rief. Ich blieb nachdenklich stehen, als er ging. Er eilte sehr und seine Eile schien aufrichtig zu sein.« Eberhard Esche las »Nicht nur zur Weihnachtszeit« von Heinrich Böll. Produktion Sachsenradio 1992. Und sie ist ebensoẻ, Stefan Frank, 역 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 3, 4, 5, 6. Auch das haben uns absolute Mrs. 19 nannie. Und das sind auch wirklich nicht sooren premiere, weil wir ihnen jetzt nicht soih dahin und nicht soihAL缺ieren können. Und da sind unsere Kutte, zehn Jahre und 19. Der Kutte, der Szenge der Kutte, zwischen 215 baptized患 mindful mit des Glocke Schienen, der Kutte fehlt mir in einer Szenge. Vielen Dank.